Hallo, liebe Freunde! Wollt ihr Akkordeon spielen? Ich mag Akkordeon. Kein Problem! Ich unterrichte Akkordeonmusik, zum Beispiel solche drei Lieder. Ich unterrichte Akkordeonmusik, zum Beispiel solche drei Lieder. Das war ein erstes Lied. Jetzt zweites Lied. Das war ein erstes Lied. Das war ein erstes Lied. Das war ein erstes Lied. Das war mein zweites Lied. Jetzt, jetzt, wunderschöner französisches Lied. Das war ein erstes 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 Lied. Ich lade euch, ich lade Sie zu meinem neuen Unterrichtmusik ein. Danke schön.